Hallo meine lieben Leute, euer Blüksumal wieder am Start und herzlich willkommen zurück zum finalen Part von New Super Mario Bros. You. Im letzten Part haben wir uns um den Sternenboulevard gekümmert und jetzt kommen die letzten drei Level davon. Und wir fangen an mit dem Level Brennende Klippen. Und genau, ich habe jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen und naja, mir ist das gleiche passiert wie damals schon. Und zwar habe ich nicht zwischengespeichert und alle Star-Coins von den letzten beiden Aufnahmen musste ich nochmal einsammeln. Ja, das ist echt kacke, aber ja, kann man nichts ändern und naja, da habe ich mich tierisch aufgeregt. Aber ja, es ist jetzt hat vollbracht und was ist das für ein Level? Ähm, da muss ich mich ja schon fast treffen lassen. Okay, ähm, äh, okay. Ja, es geht doch, es geht doch. Okay, so. Okay, passt. Okay, das ist sehr, sehr gefährlich. Ups. So. Ich kann mir vorstellen, dass ich am Ende groß sein muss. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe es aber nicht. Ich hoffe es nicht, aber ich stelle es mir einfach mal nicht vor. Okay, ich glaube so ein ähnliches Level gibt es auch in New Super Luigi Bros. Auch mit solchen Drehdingern. Das ist auch schwierig. Okay, so. Ähm. Ist hier ein Save-Point? Ja, da unten ist ein Save-Point. Genau, dann ducke ich mich da unten, bevor das Teil kommt. So, und dann springe ich hoch. Okay, gut, perfekt. Klappt. So, okay. Oder ist das doch dieses Level? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Es sieht so verdächtig aus, aber ich glaube, das ist ein anderes Level. Obwohl, keine Ahnung, keine Ahnung. Egal, egal. Es ist auf jeden Fall sehr gefährlich, aber bisher kommen wir sehr gut durch. Und ja, ich bin mir sicher, dass ich am Ende groß sein muss. Und deswegen sollte ich eigentlich ein bisschen vorsichtiger spielen. Ne? Okay. Ich glaube, da ist ein Hohlraum. Ähm, nein. Okay, warum sind die Donut-Blöcke dann da? Wahrscheinlich einfach nur, um in Deckung zu gehen. Aber da hinten ist ein Hohlraum. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Und eine Star-Coin. Please. Die zweite Star-Coin. Ja, sehr schön. Oh Gott. Okay, wir müssen rennen. Rennen, rennen, rennen. Genau, da sind wir safe. Und dann, ja, hoch und... Oh Gott. Scheiße. Ähm, ich könnte einen Wall-Jump einfach machen, ja. Okay, dann nochmal. Und dann rennen. Scheiße. Okay, ich glaube, ich muss das Level nochmal machen. Und das war die dritte Star-Coin. Ähm, okay. Dann habe ich irgendwo eine verpasst wohl. Hm. Aber das bedeutet auch, dass ich am Ende nicht groß sein muss. Na, immerhin. Gott sei Dank. Aber mich wundert das jetzt schon. Naja. Okay. Oh, wow, wow. Der Spin-Shop geht drei Blöcke hoch. Das vergesse ich wieder. Okay, okay. So. Und was ist das denn? Okay, okay. Okay. Okay, jetzt. So. Und das Timing passt. Und das auch. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und da ist wahrscheinlich nichts mehr. Ja, die dritte Star-Coin habe ich ja schon. Und ich werde dann gleich die zweite Star-Coin suchen müssen. Und ja, hier ist das Ende. Ja. Auf die goldene Flagge kacke ich mal. Beziehungsweise die gibt es ja nicht offiziell. Ne, in dieser, in dieser, auf diese geheimen Insel, ne. Da werden ja Statistiken gemacht und da gibt es diese Statistik inoffiziell. Wobei ich da nicht weiß, ob da die Flaggen auch doppelt zählen, ne. Wer weiß, wer weiß. So. Die Torthäuser brauchen wir nicht, denn mein Inventar ist voll. Ne, als ich die Level nochmal gemacht habe, ging das einfach von der Hand. Und ich schaue jetzt hier nochmal nach der zweiten Star-Coin. Bis gleich. Oh, das sieht hier gut aus. Das ist zumindest ein Hohlraum. Und da vermute ich die Star-Coin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die erste schon hatte. Aber egal. Das ist eine Röhre. Das sieht schon mal gut aus. Okay. So. Star-Coin. Ja, hier ist die zweite Star-Coin. Sehr gut. Sehr gut. Und ich bin auch Feuerblumen Mario. Also man kriegt zwei Power-Ups hier in dem Level. Das ist sehr sozial. Und ja. Hat sich dieser Fragezeichen-Block gelohnt? Ja, hat er. Okay. Sehr gut. Mehr oder weniger. Okay. Das ist ja wirklich sozial hier. Genau. Das schwierige Level, was ich allerdings kenne, ist in New Super Luigi U. Und das werde ich wahrscheinlich auch spielen. Ich weiß noch nicht wann. Ich glaube, ich habe schon bei den Credits darüber geredet. Also es wird irgendwann kommen, aber nicht sofort wahrscheinlich. So. Und dann machen wir weiter mit dem vorletzten Level. Mit dem Namen Lakito. 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 Okay. Sorry. Okay. Dreimal Lakito. Und ich hasse Lakitos. Vor allem hier in diesem Spiel. Sind die mir einfach so unsympathisch. Aber da ist schon die erste Starcoin. Das ist gut. Und ich denke mal, da bei den Blöcken sind nur Münzen. Aber ich überprüfe es mal. Oder ein One-Up ist da. Nee, nur Münzen. Okay. Aber damit kriege ich ja schon ein halbes One-Up. So, die Starcoin war einfach. Beziehungsweise, ich habe halt schnell den Wall Jump gemacht. Und so. Und jetzt kommt der scheiß Lakito. Okay. Gut. Mal schauen, ob ich rage. Aber bisher läuft es ja ganz gut, ne? Aber ja. Im letzten Part ging es schon ab. Ging es schon ab. So. Aber bisher habe ich ein sehr gutes Gefühl. Dass es einfacher wird. Und ja. So, da schnell durch. Jawohl. Und da oben ist eine Münze. Ja, ich glaube, ich brauche den Lakito da oben. So. Oh, oh, oh. Oh Gott. Nein. Scheiße. Okay. Okay. Nein. Okay. Mario, mach keinen Scheiß. So. Spring auf die Box. Und dann spring auf den Lakito. So. Lakito, komm. So. Oh. Vielen Dank. So. Und da oben muss doch was sein. Da oben muss doch sein. Nein, da oben ist nix. Okay. Gut. Und viel weiter höher geht es auch nicht. Das ist interessant zu wissen. Alles klar. Alles klar. Okay. Und natürlich kommt da der Lakito schon wieder. Dieser Drecks Lakito. Und sogar zwei. Okay. Gut. Egal. So. Hier kriegt man ja sehr viele Power-Ups. Also das ist sehr untypisch eigentlich für einen Superstar-Ball-War. Also da habe ich eigentlich schon mit weniger Power-Ups gerechnet. Aber naja, okay. Sie haben es sozial gehalten. Ist doch ganz nett. So. Aber ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn ich nicht so viele Power-Ups kriegen würde. So. Und ich glaube, die Lakitos, die kommen immer. Und brauche ich hier... Ja, ich brauche hier keinen Eichelpilz. Ich brauche hier nur einen Lakito. Natürlich. Natürlich. So. Ah, scheiße. Ja, jetzt könnte ich doch nochmal abkratzen. Vor allem... Ja. Die gehen da immer so blöd weg. Genau deswegen hasse ich diese Gegner hier. Genau deswegen. Mann. Und jetzt sind die ersten beiden Star-Coins nicht gespeichert. Und... Hallo Mopsi. Ja. Ich habe den Off-Screen übrigens gesammelt. In allen Welten. Und... Hab da jetzt, glaube ich, den dritten Stern bekommen. Oder den vierten. Von... Fünf. Genau. Damit ich dann offiziell auch die 100% habe. So. So Lakito. Komm her. Ich hasse es. Und ich bin so weit rausgesucht, dass ich da nicht richtig sehen kann. So, der Lakito ist tot. Der Lakito ist schon mal tot. Okay, jetzt brauche ich nur noch die Wolke. So, vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt bloß nicht treffen lassen, Blue. Bloß nicht treffen lassen. Okay, da war noch ein P-Switch. Aber ich glaube, den brauche ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich will jetzt einfach nur noch ins Ziel. Bitte. Und... Der Lakito ist aus irgendeinem Grund weg. Ah, okay. 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 Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Das Level war... Sehr gut machbar. Sehr nice. Sehr nice. Genau. Und dann sind wir jetzt... Im letzten Level. Und jetzt erwarte ich nochmal etwas richtig Krasses. Die ganze Toad-Häuser... Die ignorieren wir alle. Nämlich... Mysterium. Der Morgensternfestung. Es hört sich auf jeden Fall richtig krass an. Und dann gucken wir mal, ob wir die jetzt halt irgendwo reingeballert kriegen. Ins Gesicht. In den Hintern. Oder sonst irgendwo. Ne? In die Eier. Kann ja alles sein. Aber das werden wir jetzt gleich erfahren. Und wir brauchen natürlich auch hier wieder alle Star-Coins. Zumindest ist das mein Ziel. Mal schauen, ob ich die alle sofort finde. Ach so. Ich komme da... Ah, okay. Okay. Ich komme da nicht mal durch. Okay. Die kleinen Stacheln sind ja auch da. Okay. Na egal. Ähm... Hier bin ich safe. Ja gut. Passt. So. Zieh deinen Stachel ein. Damit ich dich richtig hart erdrücken kann. Genau. So. Und auch hier kriegt man wieder sehr viele Power-Ups. Also... Irgendwie ist mir das zu einfach, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Egal. So. Wo renne ich jetzt los? Ich glaube, ich renne hier los. Ja. Okay. Und da haben wir schon die erste Star-Coin. Ich hoffe, dass es die erste ist. Aber es sollte die erste sein. Und ich gehe einfach runter. Oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber egal. So. Ja. Jetzt bin ich klein. Jetzt kann ich nicht so oft getroffen werden. Nicht so leicht. Vielleicht ist das ja ein Vorteil. Ich hoffe es zumindest. Ach Gott. Ich traue mich da nicht reinzuspringen. So. Okay. Aber ich kann drüber rennen. Ich kann drüber rennen. So. Und das sollte man auch tun. Okay. Ist hier oben was? Ja. In der Tat. Alles klar. Vielleicht sogar die zweite Star-Coin schon. Ich habe auch das Gefühl, dass die Level in den Spezialwelten gar nicht mal so lange sind. Und diese Star-Coin hier sieht... Sieht schwierig aus. Und ich hätte mir einen Plan machen sollen. Bevor ich da einfach reinspringe. Ne? So. Die Frage ist jetzt... Wie kriege ich diese Star-Coin jetzt? Hm. Eventuell ist in dem Block da hinten ein Stern. Ja. Weil anders komme ich ja gar nicht ran ohne zu sterben. Ja. Da muss ein Stern sein. Definitiv. Okay. Da unten ist ein Save-Point in der Mitte. Den versuche ich zu erreichen. So. Hat geklappt. Sehr schön. Und jetzt dann da hoch zum Fragezeichen-Block. In der Hoffnung, dass da ein Stern ist. Aber ich glaube ja, weil da sind doch nicht umsonst so viele Gegner, ne? Ja. Und in der Tat haben wir einen Stern und wir sollten jetzt auch natürlich diese Coin kriegen. So. Gehen einfach weiter. Einfach weiter. Und ich hoffe, ich kriege noch ein paar ab. Hier kann ich noch durch. Ein bisschen tricksen. So. Und dich töten wir von unten. Beziehungsweise... Ich glaube, er ist nicht tot. Ne. Der lebt weiter. Natürlich kann er einfach seinen Kopf so wieder an sich ranziehen. Der hat magische Kräfte, der Typ. Dieser tote Cooper-Gegner. So. Bin ich hier safe? Ich glaube schon. Ja. Okay. Und ich glaube... Ja. Ne. Passt. Ich dachte jetzt, ich muss wieder abwarten. Aber nö. Das geht auch so. So. Und das geht auch hier so. So. Nein! Scheiße! Ich hab den Block. Ganz knapp. Mann. Ah. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Äh. Wir sind ja relativ schnell wieder da. So. Da bin ich wieder. Krieg auch einen schönen Pilz hier raus. So. Hier bin ich irgendwo gestorben. Ähm. Den! Zeig mir nicht deinen Stachel. Den will ich nicht sehen. Genau. So. Einfach sterben. Ach. Verdammt. Ich glaube, hier bin ich gestorben. Ja. Hier irgendwo. Hier irgendwo bin ich lame gestorben. Scheiße. Aber, dass ich wieder klein bin. So. Ja. Ah. Ne. Ne. Das war so ein Tod. Ja. Genau. Jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Ganz easy. Und die dritte Starcon ist da. hinten. Okay. Ich mach mir wieder einen Plan. So. Einmal den Köpfchen tanzen. Mario. Tanz den Köpfchen tanzen. Bam 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 bam. Und ja. Eigentlich will er nicht tanzen. Aber jetzt. Jetzt ist ihm glaube ich was eingefallen. Ja. Er drückt jetzt einfach den Knopf. Und dann macht er alles auf Reaktion. Und. Oh. Okay. 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 So. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Das hat doch geplant. Geh gehabt. Ne. Sehr gut. Okay. Und. Das war's schon. Hier ist das Ziel. Sehr cool. Sehr cool. Okay. Ja. Das Level hat nochmal. Ordentlich reingehauen. Aber. Der andere Level fand ich ein bisschen schwerer. Also vor allem das mit dem Fisch. Und. Vor allem die Star Coin. Ja. Da gab es viele lustige Szenen im letzten Part. Und. Es geht anscheinend doch noch weiter. Ja. Ja. Das macht auch Sinn. Da. Genau. Oder? Oder doch nicht? Der letzte Level steht jetzt zur Verfügung. Dir wurde der vierte Stern verliehen. Okay. Sehr cool. Dann schauen wir nochmal in den letzten Level. Also. Den Panzer im Visier. Alles klar. Und wie gesagt. Den dritten Stern habe ich dann von Mobzy willkommen. Den ich mir offscreen. Gesammelt habe. Oder ich habe ihn offscreen gejagt. Aber der taucht immer wieder auf. Ja. Und. Naja. Der lernt einfach nicht. Der lernt nicht dazu. Aber egal. Und ich glaube. Das ist kein richtiges Level mehr. Sondern einfach nur so ein Spaß Level. Wo ich wahrscheinlich irgendwann sterbe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Auch nicht an der Scheiße. Ne. Ne. So. Ich schmeiße einfach die Koopa Panzer rein. Ich. Gehe mal davon aus. Dass ich. Irgendwie vielleicht so eine Star Körn bekomme. Ist hier eine Ranke? Nein. Nur ein Warlock. Okay. Gut. Wäre da eine Ranke gewesen. Dann hätte ich sowieso verkackt gehabt. Ne. So. Und. Äh. Ja. Ich hoffe die Star Coins. Die bekommt man relativ easy. Hinterhergeschmissen. Ähm. Ja. Die Wolke da unten. Die ist doch nicht umsonst. Oder? Oder doch? Ja. Anscheinend doch. Okay. Gut. Ja. Im Mario Maker. Ne. Könnte man solche Hände bauen. Ja. Das wäre so ein typisches Mario Maker Level. Mit. Mit schiefen Ebenen. Ne. Mit schrägen. Ne. Mit. Mit. Mit so Gittern. Ne. Star Coins. Das könnte man schön machen. Ebenen. die drei Star Coins auf den ersten Zug sammeln. Genau. So. Da haben wir unseren Panzer. Sterben hoffentlich nicht an der Scheiße. Sehr gut. Und dann reicht es hoffentlich, wenn wir den einfach so reinschmeißen. Ja. Sollte passen. Nein. Passt nicht. Mann. Was ist das denn für eine Star Coin hier? Das kotzt mich jetzt an. Ich glaube, ich hole mir einfach einen Pilz jetzt. Aus dem Inventar. Und dann mache ich es nach. Mann. Das ist nervig jetzt noch. Ja. Und der Cooper kommt da nichts runter. So. Andererseits hat man hier noch ein schönes Rätsel. Mehr oder weniger. Ich glaube, ich kann ihn nicht ablegen, den Panzer. Ach, Scheiße. Ja, okay. Ich tue ihn mal hier rein. Dann müsste er da rumchillen. Genau. Die Scheiße töte ich mal. So. Und zur Not komme ich, glaube ich, auch mit dem Eichelpilz wieder hoch. So. Und jetzt mache ich hier einfach Stammattacken. So. Und dann mache ich es manuell auf. Beziehungsweise. Das ist auch ein bisschen blöd. Ja. Scheiße. Egal. Ich hole mir jetzt den Panzer. Und dann funktioniert das hoffentlich. Und da ist auch schon die dritte Star Coin. Oben rechts im Bild. Ne. Okay. So. Ich hoffe, ich treffe. Ich hoffe. Ja. Ich glaube, ich treffe nicht, oder? Natürlich nicht. Na gut. Die Münzen hole ich mir. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein P-Switch versteckt. Wer weiß. Aber ich hoffe, ich komme. Ja, genau. Mit dem Eichelpilz komme ich hier wieder zurück. Sehr gut. Und die Gummas leben nicht mehr. Okay. Aber die werden jetzt noch sterben hier. So. Und das sollte reichen, um da durchzukommen. Genau. Okay. Perfekt. Und die Gummas, die sterben doch nicht. Naja. Egal. So. Man kann dann eben nicht alle töten. Okay. Und die dritte Star Coin. Die kriege ich hoffentlich auch. Beziehungsweise. Hier ist 100 pro eine Ranke drin. Ja. Das bedeutet, ich gehe nochmal zurück. Und hole mir nochmal einen Koopa-Panzer. Okay. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen nervig noch am Ende. Aber egal. Ich beschwere mich nicht. Es ist aber auch ein gutes Rätsel. Das muss man denen lassen. So. Und ich hoffe, da ist wirklich eine Ranke. Und ich hoffe, ich erwische die auch sofort. So. Aber hier müsste sie sein. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Eine Ranke. Perfekt. Perfekt. Und das ist dann die letzte Star Coin im Spiel. Die allerletzte. Und wir haben alle gesammelt. Und ich hoffe, jetzt kommt noch die Meldung. Ich hoffe, die Meldung kommt. Aber sie müsste kommen. Ich bin mir sicher. Relativ sicher. Ich habe alles nochmal vorher durchgecheckt. Ja. Ja. Sie kommt. Okay. Sehr gut. Du hast alle Sternenmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, liebes Spiel. Und. Nochmal. Du hast den Abenteuermodus abgeschlossen. Super. Dir würde der fünfte Stern verlieren. Jetzt kannst du jedes Toad House beliebig oft besuchen. Äh. Ja. Könnte ich, ne. Aber ich will die nicht so oft besuchen. Ne. Die sind mir verrückt genug, ne. Aber vielleicht dann in NSMBU. Oder in NSRigiU. Oder. Haha. Wie auch immer. Das jetzt genannt wird. Ja. War ein cooles Projekt auf jeden Fall. Freut mich, dass ihr dran geblieben sind. Freut mich, dass ihr alle Parts angeschaut habt. Oder ab und zu mal reingeschaut habt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Projekt wieder. Oder im nächsten normalen Video. Genau. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Euer Blöx2. Und. Ciao. Ciao.